Was wolltest du denn ausprobieren? Einfach mal die Meterns auf Schmangler. Ah, verdammt. Ja, ich habe einen Fisual. Ich habe einen Fisual. Vielen Dank. Ich mag den Jupyter Scheiß-Dreck nicht. Ja, ich fall gerne mal. Also, das ist mein Problem. Denker, wie sind die Leute von? Ja, das habe ich auch gemerkt. Das ist ja mein Problem. Ich verschätze mich bei den Reichweiten und dann falle ich. Das ist ja mein Problem. Jetzt guck mal, ob du beim Jupyter ein paar weitere Noten anwählen kannst. Wir hatten gerade, was hatten wir gerade? Ich suche es. Äh, nein, es scheint nicht so. Jupiter scheint alles verschlossen. Also, auch nicht nach Ananka. Äh, Ananka, warte, ich muss besuchen, wo das ist. Das ist, wenn du von Zeres reinkommst, direkt der mittlere Part. Ach, hier. Ne, ist verschlossen. Also, ich muss mich durch die ganze Sternenkarte quälen. Aber ich denke mal, da ist trotzdem frei geschlossen. Was zur Hölle, wieso ist die Venusbrücke verschlossen? Ach, ich weiß, was es war. Hast du auch die Beute zu überfällig gemacht, oder? Ne, ich habe vergessen, die scheiß Brücke zu aktivieren. Dann mache ich die jetzt nochmal ganz schnell. Ich habe die Beute. Gegner ist tot. Ich kann gehen. Gut. Gehen wir. So, wenn es jetzt nicht geht, haben wir es gestürzt. Was haben wir denn jetzt schon wieder für Pornos geschickt? Also, den so nicht Pornos geschickt. So. Was zur Hölle? Die scheiß Venus Brücke ist immer noch nicht offen. So. Aktivieren wir, jetzt kämpfen wir mal fairer gegen das Vieh. Schießen wir halt zweimal drauf. Was ist er denn? Der ist 109. Jetzt hat er zwei Treffer gebraucht. Der erste Treffer hat ihn trotzdem fast gekillt. Das war kein direkter Volltreffer. Ah, jetzt kann ich die Brücke aktivieren. Irgendwie war das für uns verpackt. Bei so irgendeinem Grund. Scheiß. Wenn er ein Dorf zu beschrieben hat, direkt auf den Weg nicht absetzen. Ah. Ah ja. Von der Meisterschaft auch den Spanch qualifiziert. Yep. Jetzt kann ich auf die Venus. Das ist erstmal dein A220 Problem. Schau mir das jetzt erstmal einfach nur an. Im Relais. Ja. Wenn das jetzt ein allzu großer Schrott ist, dann schuld. Wenn das ein allzu großer Schrott ist, dann mach ich das jetzt nicht. So. Äh. Halt. Wo war jetzt da? Ach. Da war eine Täusche tiefer. Oder die Tüfer oder höher. Ach. Verdammt. Wie ein Scheiß Relais. So. Das mach es. Das ist. Das ist. 15. Ähm. 27. 28. 28. Trainieren. Mal schauen was es ist. 12. 19. 21. 21. 22. 21. 22. Ja, Kanister werfen. Wenn du dein Zeitlimit hast, kannst du es so probieren. Da ist der nächste Kanister. Zeitlimit habe ich nicht, aber Kanisterlimit. Ja, und die Stabilisierung nach 15 Sekunden. Also auch Zeitlimit. Auflecken. Nein. Da muss ich nicht schön gefahren. Ach, verdammt. Ja, das muss ich nicht. Ja, das muss ich nicht. ja das mache ich jetzt nicht das braucht das training das ist und vor allen dingen brauchst du eine stärkere waffe verlassen einladung akzeptieren kuba festung habe ich klippe noch gar nichts ich habe kuba festen nee da nehme ich erst mal eine andere waffe weil die ist dann doch wahrscheinlich zu was für das ding ja kuba fest und kann schnitt mit Training anfangen um die waffe Vielen Dank.